Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zu einer neuen Runde Rocket League. Bevor es gleich ins Spiel geht, hier mal kurz meine Kameraeinstellung, weil ihr in den Kommentaren immer geschrieben habt, ich sollte was verändern. Schaut es euch an, schreibt es in die Kommentare, was ich da noch ändern könnte oder sollte. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei Rocket League. Da bist du Mushroom. Mr. Mushroom. Herzlich Willkommen liebe Zuschauer, zurück zu Rocket League nach langer, langer Zeit. Hat sich der All-Wimpage und der Way nach noch längerer Zeit, oh, ins Auto geschwungen. Guck mal, was meine Präsenz direkt ausmacht. Die zittern richtig, guck mal, gleich machen sind Fehler, der Mushroom macht gleich einen Fehler. Der Mushroom halt, den kannst du zu nix gebrauchen. Gar nix, furchtbar. Nur im Gegnerteam, da kann man ihn brauchen. Und noch einen, ah schade, ich bin da vorgefahren. Oh, gar nicht gut. Oh, das hat noch abgeblockt. Oh. Komm, dreh dich. Bin da mitte. Alles klar. Naja, so weit auch nicht. Ach so. Nicht in der Mitte, Mitte. Ne, 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 ne. In der Mitte vorm Tor. Mitte. Oh je. Klappt's, ja? So, was hab ich mich hier wieder überreden lassen. Sorry. Ach, kennst du ein Rollenspiel, kennst du alle. Rollenspiel? Ja, das stimmt. Rollenspiel, ja, das ist auch so. Du kennst eins, kennst alle. Rollenspiel, ja. Man fährt ja auf Rollen, ne. Ja, eben. Und keine Räder, das sind Rollen. Das sind Rollen, ja. Aber Martin, kommst du da dran? Nö, da geh ich nicht ran. Aber ich bring die Note, das, äh, ein bisschen dieses unberechenbaren Witz, weil ich halt schon ewig nicht mehr gespielt habe, damit verwirre ich die komplett, denke ich auch, aber wenn ich halt ab und zu mal mit Paul spiele, bin ich das gewohnt. Ja, aber der denkt halt, dass das gut ist, was er da macht, wahrscheinlich. Das stimmt leider, ja. Nein! Oh, Stargars safe. Puh. Oh nein, jetzt springen sie weiter daneben. Oh, fuck. In meiner Vorstellung sah das besser aus. Oh, der Mr. Mushroom wird von den eigenen, äh, Mitspielern. Schlecht behandelt? Ja. Schlecht behandelt. Kriegst du ihn rein? Nee, scheiße. Nee, nee, hatte kein Wissen. Oh. Hä? Achso. Oh nein. War nicht so schlau. Ja, was machen die denn eigentlich? Alle da hinten ins Eck rein. Danke, ja. Weil ich jetzt mit Spiel drücke ich den Rang. Ja. Weil ich noch nie im geranktes Spiel gespielt habe. Das kam erst danach rein. Jetzt! Freischussbahn! Schade. Nein, leider nicht. Oder zu spät reagiert, wie auch immer. Ach, was drückt ich denn nach rechts? Oh Gott. Ah, shit. Der Boost? Ich sehe gerade keiner, da wird er direkt Oh, sorry Ja, oh, schade Boah, jetzt kommt er heran Ah, verdammt, wie knapp Wie bringen die denn jetzt denn vor das Tor? Oh, oh, shit Ich wollte mal ein bisschen Boost sammeln, ich habe echt gar nichts Oh, ich habe nichts, ich habe wirklich gerade Na schön Warte jetzt vor Ach, wie alt, wie willst du mich denn? Wie es aussieht von da hinten Alle drei von den direkt Vollgas in die Ecke rein So ein großer Sauhafen Boah Nein Jawohl Jawohl Sehr schön Was für ein Erfolg, schieß dein erstes Tor Ja, schieß dein erstes Tor in Rocket League Sagen sie alle Oh, so spielt man das normalerweise nicht Jetzt überspielt er mich So, ich würde sagen, das war's mit einer Folge Rocket League Besser geht's nimmer Genau, aber erst das Spiel, erst das Sieg und dann dabei verlassen wir's Ja Die waren Gold Früher musste man noch hart arbeiten für Gold, heute kriegt das ja jeder Ja, was habe ich für einen Rang, was ist das? Gar kein Rang unranked oder was? Gar kein Rang, du musst erst zehn Spiele machen Okay Gold, so schlecht ist Gold nicht Aber ihr habt doch schon mal, ihr habt doch auch zehn Spiele schon Das ist ne neue Season, dann musst du wieder von Porn anfangen Das heißt, wir sind alle unranked Ja Ja, gut, okay, dann Also es ist, merkt man, merkt man ein bisschen, was man hatte Dann ziehen wir uns hier alle gegenseitig runter Genau, so wie es immer ist, wenn man so in einem Raum sitzt, man zieht sich immer so gegenseitig runter Bis alle ganz aggibri sind Schade, stand dann blöd Oh, komm, ich hab keinen Wust Oh, jetzt hoffst du es gerade so hoch, dass ich nicht dran komme Shit Nein, er kommt dran Oh, du musst doch rein, in die Mitte Mann, ich Idiot Hab ich dich ausgehebelt Ja Oh, den hab ich ausgeschalten Nein Oh shit Ich bin gerade ein bisschen verwirrt gewesen, dass wir jetzt gar nicht mehr blau sind Mit seinem Aladin-Hütchen macht er das Tor Moment Oh, natürlich prallt es jetzt gerade unten an die Kante Oh, das ist so ein Scheiß Jetzt hätte ich sie reinfahren können Und jetzt ist wieder total schwach Hey, das war so ein Dropkick und das war trotzdem Nein, passt wieder nicht Oh, wie knapp Erstens ist es ein Dropkick und ist trotzdem total langsam und dann knallt es gegen den Pfosten Boah, wieso bleibt der jetzt in der Ecke hängen Jawohl, geil Nein Jetzt fahr ich voll dagegen Boah, ist die eklig Ja, aber ging zum Glück nicht rein Nein, es geht sogar rund Nein Nein Wo kam der jetzt hier? Ich hab dann extra jetzt geblockt, aber der andere kam auch mal einer Er hat nicht so lange rückwärts fahren dürfen Ich dachte, ich fahr so da irgendwie raus Dann wär ich vielleicht drangekommen Den einen hab ich geblockt, aber da war nochmal einer, das war blöd Jawohl Nice Sehr gut Ah, der geht zu früh runter Ah, ich hab keinen Boost Als ob er ihn an mir vorbeidrückt Ach Gott, das gibt's doch nicht Nein, der prallt zu akkab Ah, scheiße, zu stark No, crash mich kaputt Ups Jawohl Nein Warte, ich kriegste, ich kriegste, ich kriegste Oh, sorry Ja Ja Sorry Warte, geh ran Hey, immer wenn ich drangeh, wird der Ball langsamer, das ist doch lächerlich Geh weg Nein, zu hoch Ach, knall direkt aus dem Boden Ups Ich steh die ganze Zeit in der Ecke und komm nicht raus, weil er bald permanent da hinten fliegt. Shit. Das gibt's. Ich spring doch extra dran, dass er hochfliegt. Und dann macht er so ein... Mh... Na, das steht nicht. Jawoll. Nein! Verfehlt. Du suchst was wert. Oh, Mist. Da muss man noch mal ran. Ja, definitiv. Definitiv. Definitiv, ja. Definitiv. Definitiv, ja. 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 Sehr gut. Dachte auch grad, die landet am Pfosten und springt raus. Ja wunderbar so. Ist grad noch so weggesprungen. Ich wusste nicht wohin. Ich wusste nicht wohin. Was mach ich? Einfach mal geraten. Ich spring nach rechts. Lucky Moves. Gar nichts. Das hat man mal gesehen. Das war genau so gewollt. Ich hoffe, wir schießen noch mal so ein Tor. Oh, Mann! Was macht ihr denn? Ah, fuck. Jetzt wollte ich kaputt crashen. Aber das hat nicht so geklappt. Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo? Ja. Ja. Man könnte jetzt, denke ich, von Lack sprechen. Aber ich mein, das ist schon das zweite Tor von mir. Also ich mein, da muss ja irgendwo was gewollt. Ja, mach den selber rein. Natürlich macht er den selber rein. Er hat ja vorher schon selber reingemacht, wenn man's genau nimmt. Ey! Oh, und Schuss. Fuck. Bin ich hoch genug, komm. Oh, wie weit er fliegt! Ja, ich hatte schon Tempo drauf, Simon. Der hätte ich stehen bleiben müssen, da wo ich... wo ich vorher war. Ich hätte hier gar nicht hinterher fahren dürfen. Oh. Oh, shit. Komm schon! Nachschuss! Ach, verdammt. Ach, Kacke. Ja. Ja, das ist gut. Als auf einmal keiner fliegen. Ja, den hat er, äh, für null. Boah. Jetzt crashen sie nur noch. Haben sie von mir abgeschaut. Ich crash sie nämlich auch die ganze Zeit. Oh, shit. Blöd, er fliegt. Nein! Ah! Ach, schade. Ja, ein Tick zu spät reagiert. Mach lieber mal nix. Ich hatte schon was gemacht. Und alle drei halt im Exitzen haben und können sie lange einen reinbringen. Die haben auch... auch selber ein-, zweimal reingemacht, weißt du? Vielleicht dachten sie, ha, vielleicht klappt's auch bei uns. Ja. Nein! Nein! Uhuhuhuiui. Ui. Ne, ich bin zu schnell. Scheiße. Oh, er springt davor. Jetzt kommen sie langsam in die Druckphase, wo sie wissen, jetzt müssen sie. Komm! Ja. Ja! Und genau in diesem entscheidenden Moment des Druckes versagen sie, das ist ja der dritte Tor. Ja, schlimm, schlimm, schlimm. Schau, ich bin eigentlich da ganz gern so ein Lucky Noob. Sieg ist sie. Eben wollte grad sagen, so lange man gewinnt. Ja, glücklich war's schon, aber dann klar jemand als Noob zu bezeichnen und selber nur Scheiße zusammenspielen. Ja, glücklich war's schon, aber dann klar jemand als Noob zu bezeichnen und selber nur Scheiße zusammenspielen. Ist nicht so cool. Wir haben einfach die Genialität von denen noch nicht erkannt, glaube ich. Ja. Wir spielen einfach zu chaotisch. Ich weiß ja, die kommen da gar nicht rein. Das kriegen wir. Ja, ja. Ja, aber das ist wirklich so, wenn du ein Spiel echt viel spielst und dann gibt's halt so gewisse, wie soll man sagen, so Gameplay-Stilelemente oder wie auch immer man das nennen will, wie man halt so ein Spiel zu spielen hat auf einem gewissen Niveau. Und wenn dann jemand kommt, der das zum ersten Mal spielt, der spielt halt so komplett nach dem Chaos im Prinzip und darauf kommt man da manchmal einfach gar nicht klar. Ja, aber die spielen definitiv nicht auf einem hohen Niveau. Doch, doch. Wie gesagt, das ist einfach noch nicht, wir verkennen das einfach. Nein, schade. Oh. Schön ausgechippt. Doppelt sich los. Ja, sauber. Irgendwo was willst du machen? Zwei Stunden weg. Gerade nur beide abgeräumt. Der eine war Absicht und der andere ist mir einfach in den Weg geraten. Sehr nice. Oh. Oh, da kriegen wir noch irgendwelche Beleidigungen wahrscheinlich. Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, das heißt, ihr seid sehr gute Spieler, ihr habt es verdient zu gewinnen. Ist aber nett von ihm. Ja, finde ich auch. Danke. Wir nehmen alles zurück. Danke, Chanchi, für dieses Fairplay. Ja. So, wie sehen wir das raus mit verdienten zwei Siegen? Ja. Zwei von drei, oder? Best of three. Passt. Macht's gut. Tschüss. Tschau. 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 Tschau.